Nun sitze ich hier und kann nicht anders. Proklamation in dem Bewusstsein meiner Verantwortung vor Jahuwah, Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, dem Frieden der Welt zu dienen, mache ich gemäß der preußischen Verfassung von 1850 folgende Proklamation gehörig. Im Namen von Yahusha, Jesus Christus, Emmanuel, dem König aller Könige, bitte ich um mein Erbe von Jahuwah Gott gegeben, dem Boden meiner Heimat Preußen, der preußische Boden, der meinen Vorfahren als Erbe gegeben wurde. Darum fordere ich hiermit meine ererbten Staatsbürgerschaft des Königsreichs Preußen ein und die damit verbundenen Boden- und Lehnsrechten. Ich nehme Herrn Tschirinowski mein Wort, ganz Preußen mit der Hilfe Russlands wiederherzustellen, diese unveräußerlichen Erbrechte wurden meiner Vorfahren in den Jahren 1848 und 1850 durch Friedrich Wilhelm IV. übertragen. Mit der preußischen Verfassung von 1850 in Verbindung mit dem preußischen Landrecht ist der Mensch mit Beginn der Geburt Träger aller Rechte und ich nehme diese heute wahr. Martha aus der Familie Ernst, eingeheiratet in der Familie Wiebe, Mutter von vier Kindern, sechs Enkelinnen, lebend im Chaco Paraguay, der 12. April 2021, 7 Uhr 6.